moin leute und herzlich willkommen zurück auf meinen kanal danke dass du da draußen wieder eingeschaltet hast und heute spielen wir noch mal eine runde fallout shelter so im letzten video haben wir das ja nicht geschafft diese brotdose aufzumachen und jetzt haben wir die käfer drin die werden jetzt nach oben durchkommen war es vier stück oh mein gott ok wir werden jetzt hier die wachen war doch wieder dahin schicken mal sehen ob die schießen kommt schießt ja so ist fein und hier unten sind noch ratten ich weiß nicht warum die da sind aber so das hat sich alles relativ gut entwickelt ich habe hier zwei wachen die bewachen den raum falls wir besucht bekommen und die haben auch die einzigen waffen vielleicht bekommen wir gleich wieder waffen also wir haben jetzt ein bisschen cash wieder am start genau so wir machen erst mal die box hier auf weil wir noch eine haben zur verfügung wir drücken erst mal die daumen ein teddybär laues item eine waffe laser pistole ein stimmpack 100 kronen und 500 kronen das hat sich auf jeden fall gelohnt aber mir wäre es lieber gewesen irgendwas cooleres aber wir werden mal kurz gucken jetzt zwei neue waffen jetzt können wir noch zwei mit waffen ausrüsten das heißt die beiden kann ich auch schnell hier mit rein schicken da haben wir wir brauchen hier auf jeden fall ein typen drin so 100 energie gesammelt 50 erhalten ja das guck der kontostand sieht ganz gut aus so wir müssen auf jeden fall ein hier irgendwie rein packen ich glaube das hier ist auch eine frau ja das ist eine frau das ist nicht so gut okay die kann das nicht so die dann sollten wir ein typen hoch schicken hallo mensch bei dieses herumgezickelte so dann kriegt herr dieser herr bekommt eine waffe die hier am besten und er bekommt auch eine waffe die laser pistole anzüge oder kleidung haben wir keine so dann haben wir vier leute mit waffen ist auf jeden fall ganz praktisch der eingang ist gesaved und wir können uns jetzt noch mal was dazu bauen oder wir verstärken die tür hier was wäre jetzt klüge das hier können wir nicht aufrüsten aber wir könnten auch noch diese beiden gebäude halt ausbauen oder halt wir können auch noch eine baracke bauen so dann haben wir zwei baracken komplett ausgebaut also ausgebaut noch nicht nur gebaut so jetzt könnten wir die küche noch auf motzen so level 6 wir könnten auch ein lagerraum bauen aber das ist noch nicht so nötig eigentlich ich würde sagen dass wir die beiden sachen hier einmal ausbauen werden oder halt noch eine baracke aber erstmal strom strom nicht strom wäre dumm wasser und wir brauchen noch ein dinner und wir auf jeden fall diese sachen auch schon mal ausgebaut gebaut nicht ausgebaut brachzentrum natürlich heute wieder im keller so zwei vier fünf also da passt noch einer rein hier passt noch drei rein und hier auch noch drei aber wir haben keine menschen wir haben keine leute wo bleiben die leute wir brauchen leute 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 ja für die nächste etage müssen wir erstmal die steine entfernen und den ja auch gleich so wenn wir hier noch eine baracke hin bauen aber das wird immer alles teurer parken 450 kostet schon was oder wir bauen hier auch gleich eine baracke hin sehen so wie geht es jetzt weiter sammel 100 nahrung das werden wir noch heute schaffen er muss zufrieden sein irgendwie machen wir uns mal um ihn hier entschuldigung so da kann der herr wieder aufsteigen level fünf ja das war natürlich nicht so klug aber den müssen wir gleich wieder da hoch schicken falls er jetzt fröhlich ist man weiß es halt nicht 75 prozent immer noch mal sehen ob es ihnen gleich besser geht immer noch okay das dauert wohl ein bisschen okay leute rüber hier ist gefahren im spiel diese ekelhaften käfer immer sind das schon zwei vier fünf stück oder schaffen wir oder schaffen wir das ja easy so spritze verballert die junge dame hier sonst wäre sie uns doch direkt ja wir müssen auf jeden fall jetzt bald mal zu sehen dass hier noch ein paar leute rankommen weil wir brauchen auf jeden fall eine krankenstation um spritzen herzustellen sonst sterben unsere leute wir haben schon ordentlich was abgekriegt jetzt schon zweimal hier gerettet die babys kommen auch noch nicht aber darauf können wir uns noch nicht so verlassen so der strom ist natürlich jetzt leichter leichter okay eine minute noch so essen ist ja auch gleich für diese wasser ist auch gleich fertig und strom ist sofort fertig so ist seine er ist immer noch gleich werden jetzt hier reinpacken ist er denn fröhlicher und weiß es nicht ist jetzt fröhlich ja ich glaube er wird nicht fröhlich dann kommt er jetzt wieder in das wasserwerk zurück mal sehen vielleicht geht das ja von selbst irgendwie irgendwie ist denn fröhlich und dann ist alles easy ja das strom wir müssen die mal ein bisschen austauschen ich kommst musst du nach unten in die küche die wollen irgendwie alle in die küche weil sie das sitzen können und ja dann bleibt da oben so nahrung abgeschlossen naja jetzt dauert das mir doch zu lange mal sehen müssen ein bisschen mit den experimentieren plus 2 was haben wir denn da die musik eines diebes da haben wir jetzt ich trotzdem reingeschlichen oh ja vielen dank dafür so nichtsdestotrotz müssen wir hier sie hat plus der bleibt hier und können noch mit nach oben sie kommt damit hin du bleibst du auch das ist eigentlich jemand du bist nicht so wichtig war eigentlich schon wichtig also kommst du auch mit in die küche einfach so das sieht schon besser aus als 17 minuten so er hat eine waffe er hat auch eine waffe er hat eine waffe und hier oben ist auch einer mit waffe ja vier waffen also brauchen wir auf jeden fall mehr waffen mehr outfits und so ja ihn hier würde ich gerne wieder mal losschicken und suchen so was können wir als nächstes mal als nächstes mal abwarten wie sich alles entwickelt die babys geboren sind wir im moment nicht viel machen hier will einer auch hier ist oh level 7 das ist auf jeden Fall schon mal gut so ein feuer ist ausgebrochen ich würde sagen egal weil das kann sich nicht nach da verbreiten aber nach hier verbreiten und hier haben wir ein paar leute weil das brennt nicht komplett ab das ist gut genau hier zack löschen fertig mhm Was haben wir denn als nächsten Mission? Wäsche ein. Ja, haben wir das gerade nicht gemacht. Okay. Und die Zufriedenheit. Und Baby zur Welt. So, der Strom müsste auch bald kommen, bitte. Was wir machen könnten, wäre vielleicht schon mal den Fahrstuhl bauen. Das ist klug. Wir könnten auch Fahrstuhle hier zack zack hinbauen. Wir machen den jetzt unten hin. Dann haben wir jetzt im Moment kein Geld. Aber dafür schon mal den Fahrstuhl, weil es wird alles teurer. So, 450 für die neue Baracke. Ups. So, der Strom ist gleich fertig. Keine neuen Bewohner vor der Tür. So, ich glaube, wir müssen auf jeden Fall jemanden gleich losschicken, der noch was sammelt. Ja, hier wäre ganz gut. Aber er ist noch nicht ganz geheilt. Wann werden denn die Babys jetzt geboren? Langsam bräuchte ich einen Nachwuchs. Ja, ich würde sagen, dass wir einfach mal den hier losschicken. Hat er eine Waffe? Hat er eine Waffe? Ja. Wir haben ja auch keine Medizin. So. Wir gehen jetzt erstmal los. Erkunden. Einer weniger. Das bedeutet, er muss nicht von hier aus essen. Nur weil, was mir Angst macht, macht... Aha, da haben wir dich ja. Haha. Was für ein Zufall. Oh, das hat wieder gut Cash gebracht. Oh, Level Up. Das war echt ein Zufall, dass wir den sofort entdeckt haben. So. Ich hoffe, ihr findet da auch nochmal eine Waffe oder so. Das wäre natürlich ganz nice. So, wir kommen auch wieder zum Ende des Videos. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen da oben da. Kommentieren. Abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag. Und ciao. Ciao.